Hier 2 Kilo Saftorangen auch noch dabei. Das ist nicht alles, da kommt noch mehr. Hier Wein trauben ohne Kerne. Hier Melonen. Sie sind in Hamburg der Bälligpässe. Wir möchten euch auf den Fischmarkt in Hamburg mitnehmen. Wir möchten euch auf den Fischmarkt in Hamburg mitnehmen. Hier noch mehr Ananas. Hier Ananas. Hier Ananas dabei. So kommen wir einmal Ananas. Hier auch noch. Hier Ananas. Und jetzt. Das ist nicht alles. Hier Mango. Hier Mango. Hier faserfreie Mango. Das ist ein vielfältiger und sehr faszinierender Markt. Dies ist ein vielfältiger und sehr faszinierender Markt. Hier doppelt. Hier doppelt. Hier doppelt. Hier doppelt. Hier doppelt. Hier doppelt. Und natürlich. Jetzt kommt der Moment, wo der Bulle das Wasser lässt. Da kriegen sie schöne, leckere deutsche Erdbeer einmal oben zu. Oder ich gib nochmal. Hier ist mir scheißegal. Dankeschön. Wir nehmen das Ding mit. Hier volle Tasche jetzt hier. Hier raus da... Hier raus da... Auf dem Weg sind wir dieser wunderschönen Schafsherde begegnet. Auf dem Weg sind wir dieser wunderschönen Schafsherde begegnet. Büyük koyun ailesi hep beraber kahvaltı ediyordu. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. Amen. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. Wir wünschten Ihnen einen schönen Tag und zogen weiter. Wir wünschten Ihnen einen schönen Tag und zogen weiter. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. 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 Das war die Schafsfamilie frühstückte zusammen. Die große Schafsfamilie frühstückte zusammen. Von der Schafsfamilie frühstückte zusammen. Auf dem Fischmarkt werden Produkte wie Fisch, Gemüse, Obst, Käse und Blumen verkauft. Auf dem Fischmarkt werden Produkte wie Fisch, Gemüse, Obst, Käse und Blumen verkauft. Hadi gelin bu satıcının neler sattığını birlikte dinleyelim. Çantaları hangi meyveleri koyuyor? Bize yazın. Hören wir uns an, was dieser Verkäufer verkauft. Welche Früchte packt er in die Taschen? Schreibt uns. Hören wir uns an, was dieser Verkäufer verkauft. Welche Früchte packt er in die Taschen? Schreibt uns. Hier Saftorangen, zwei Kilo Saftorangen auch noch dabei. Das ist nicht alles, da kommt noch mehr. Hier Weintroben ohne Kerne. Ohne Kerne. Hier Melonen. Hier Melonen. Cantaloupe Melonen. Orange war wegen dem best schmeckenden Melonen dabei. Hier einmal. Hier einmal. Hier Ananas. Hier Ananas. Und jetzt. Das ist nicht alles. Hier Mango. Hier Mango. Hier faserfreie Mango dabei. Oder es gibt noch eine. Hier Doppel. Hier Doppel. Hier Doppel. Hier Kokosnuss. Auch noch dazu mit Champagner gefüllt. Einmal Kokosnuss dabei. So was rum noch. Bananen. Hier Bananen. Biodramatisch. Hier Doppel. Hier Doppel. Hier Doppel. Hier Doppel. Hier Doppel. Hier Doppel. Und natürlich. Jetzt kommt der Moment, wo der Bulle das Wasser lässt. Da kriegen sie schöne, leckere deutsche Erdbeeren einmal oben zu. Oder ich geb nochmal. Hier ist mir scheißegal. Hier den Vogel zu ärgern. Da oben hier. Noch mehr. Hier noch mehr. Hier noch mehr. Hier Erdbeeren. Hier Erdbeeren. Hier Erdbeeren dabei. So und das Ganze. Ich sag heute. Achso. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Hier ein Kilo weißleischige Nektarin. Gebe ich ihn auch noch mit. Hier ist mir scheißegal. Hier noch mehr. Hier noch mehr. So und das Ganze. Ich sag heute. Keine 30. Heute kleines Geld. Geben wir 15. Hier 15. Hier 15. Hier 15 Leute. Kommt nach vorne. 15. Olle Taschen mit Doppel Erdbeeren dabei. Hier raus mit der Ware. Hier gibt ein Portemonnaie und ich mir selber was ich brauche. Hier wer hat doch Geld. Keiner hat gewusst. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.